Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Webinarreihe Modern Application Development. Mein Name ist Kai Donato und ich möchte euch heute gerne, nachdem ihr ja schon bereits einige interessante Webinars zu diesem Thema gesehen habt, das Thema hat er immer 5 vorstellen. An dieser Stelle ein paar Worte über mich. Mein Name ist Kai Donato. Ich arbeite seit Anfang 2014 bei der MTHG in Rating als Berater für Apex-Entwicklung. Bin neuerdings auch Themenverantwortlicher für HTML5 und JavaScript bei der DOAG. Ich gehe davon aus, da werdet ihr auch noch das eine oder andere von mir hören und lesen. Ich bin seit über 10 Jahren in der Webentwicklung tätig und habe den ganz traditionellen Weg über HTML5 in der Schule bis hin zu PHP und MySQL. Ja, bin ich gegangen, um da letztendlich dann auf diesen neuen Zweig der neuen JavaScript-Entwicklung in HTML5 aufzuspringen. Mein Background ist, ja, meine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration. Ich habe da so ein bisschen auf dieser eher physikalischen Ebene gearbeitet und habe Server tatsächlich physikalisch zusammengebaut, eingerichtet und auch gewartet und administriert. Das hilft dann heutzutage wirklich schon häufig dabei zu verstehen, was da im Hintergrund passiert, wenn bei der Entwicklung mal was schief läuft. Ja, wie natürlich auch schon an anderer Stelle gesehen wahrscheinlich, bin ich natürlich über Twitter erreichbar und zu verfolgen. Und über LinkedIn kann man mich ebenfalls kontaktieren. Die Kontaktdaten stehen hier unten auf dieser Folie. Ja, das Thema HTML5, da kann man sehr viel drüber sprechen, das ist auch schon ziemlich lange im Umlauf. Aber was kann man denn da jetzt konkret zusammenfassen, was da Neues auf uns zukommt und was da die neuen Möglichkeiten für uns sind? Zum einen ist es auf jeden Fall zu erwähnen, dass HTML5 nicht mal eben so um die Ecke geblickt hat und gesagt hat, so, jetzt bin ich hier, jetzt könnt ihr mich nutzen, sondern HTML5 ist ähnlich wie CSS3 im Laufe der Zeit auch immer weiter ausgeprägt geworden und auch immer mehr unterstützt von allen Browsern, die man so tagtäglich nutzt. Die Entwicklungszeit mit dem Beginn im Januar 2008 bis hin zur Empfehlung im Oktober 2014, das sind natürlich schon so ein Zeitraum, sechs Jahre in der Entwicklung für eine neue Version von einer Markup-Language, die wir eigentlich alle schon mal genutzt haben. Da in dieser Zeit aber tatsächlich ziemlich viele neue Features dazugekommen sind, ist das auf jeden Fall zu vertreten. Ein Punkt, neben den wirklichen funktionalen Erweiterungen des Ganzen, sind unter anderem die neuen HTML-Elemente, die man hat. Da stellt HTML5 uns tatsächlich noch deutlich mehr Layout-Möglichkeiten bereit. Wir sehen das jetzt hier, Sections beispielsweise sind dazugekommen, da kann man jetzt nochmal logisch Bereiche in einem HTML-Dokument näher beschreiben. Wir kennen das, wir hatten vorher in vorherigen HTML-Versionen das Einschließen des gesamten Quellcodes einer HTML-Seite zwischen einem HTML- und einem End-HTML-Tag, dann gab es noch den Head, den Body und später dann auch noch den Footer, beziehungsweise die Fußzeile des Ganzen. Jetzt haben wir tatsächlich noch die Möglichkeit, diese einzelnen Bereiche weiterhin zu unterteilen in Sections. Des Weiteren haben wir auch noch Elemente, die, so vermute ich, im Laufe der Zeit, in Zukunft auch von immer mehr, wie Suchmaschinen, Crawler, aber auch von Systemen, die unsere Seite interpretieren, gesucht werden. Das sind Elemente wie zum Beispiel hier dieses Nav-Element, das immer auf allen Seiten irgendwann konsistent, grundsätzlich die Navigation beinhalten soll. Das hilft dann im späteren Verlauf, wenn man zum Beispiel Plugins schreibt oder wenn man zum Beispiel ein Grundgerüst rausgibt an andere Open-Source-Projekte und man hat dann immer diese gleiche Aufteilung auf der Seite und man weiß, der Navigationsbereich ist tatsächlich da, wo dieses Nav-Tag im Code ist, dann kann man da viel deklarativer dran arbeiten. Ja, dann gibt es den Hauptinhalt der Seite, den gibt es tatsächlich dann oder sollte es tatsächlich dann nur einmal pro Seite geben und der ist dann gekennzeichnet durch dieses Main-Tag. In diesem Main-Tag befindet sich dann natürlich der Hauptteil dieser Seite, der Webseite und kann dementsprechend natürlich auch besser indiziert werden von Suchmaschinen, aber auch von unseren Style Sheets und auch von sämtlichem Code, der sich auf den Hauptinhalt der Seite bezieht, viel besser identifiziert und gefunden werden. Dann gibt es neben dem, was es ja schon immer gibt, den Header. Also es gibt bereits ja schon den Head-Bereich, den Kopfbereich eines Quare-Codes. Hier bitte nicht verwechseln. Im Head-Bereich von normalen HTML-Dokumenten haben wir ja bisher immer das Einbinden von JavaScript-Files, so früher, und CSS-Files vorgenommen. Das ist jetzt in dem Bereich so, dass wir tatsächlich den Header, den Kopfteil der Seite, nicht der Definition, sondern den Kopfteil der Seite, hier extra deklarieren können und den Fußteil der Webseite im Rooter, wo beispielsweise Links zum Impressum oder zu einer Art Disclaimer führen kann, nicht verwechseln mit dem Head, den es schon gibt, wo bereits vorhandene Sachen für die Seite definiert werden oder deklariert werden. Ja, an der Stelle gibt es da jetzt noch diese beiden neuen Elemente dabei. Das als kleinen Auszug aus den neuen Elementen, das kann man nachlesen. Da gibt es eine ganze Reihe von neuen Elementen. Das sind jetzt sozusagen die, die ich mir rausgefischt habe, um das mal ein bisschen näher zu erklären. Da gibt es tatsächlich noch eine ganze Reihe mehr. Vielleicht für Ihren Einsatz in Ihrem Projekt gibt es da auch noch das passende Element, was Ihnen die Arbeit etwas erleichtern kann. Dann gibt es noch, neben diesen strukturellen und layouttechnischen Eigenschaften oder Änderungen mit HTML5, das neue Canvas-Element. Das ist besonders praktisch und das wird auch schon heutzutage wirklich sehr viel genutzt. Das ermöglicht es, dynamisch Grafiken und Diagramme zu zeichnen auf einer Seite. Das werde ich Ihnen gleich noch etwas näher beschreiben. Dann gibt es die Möglichkeit, ja jetzt auch noch viel bessere Applikationen zu schreiben, die sich auch auf Medien beziehen, wie beispielsweise jetzt hier mit YouTube. wurde quasi diese Online-Player-Revolution gestartet. YouTube hat, nachdem sie eigentlich jahrelang erfolgreich mit dem Flash-Player gearbeitet haben, ihre komplette Player-Infrastruktur, ihr komplettes Portal auf HTML5 umgestellt und demnach auch, wie sie berichten, wirklich erhebliche bessere UX erwirkt. Und da kann man wirklich auch sagen, dass YouTube da in dem Bereich als Vorreiter für HTML5 anzusehen ist. Die haben das am merklichsten von allen bisher wirklich weltweit ausgerollt mit ihrem HTML5-Video-Player. Ein weiteres Feature, das steht hier mit einem Ausrufezeichen hinten dran, sind die Websockets. Websockets, das ist tatsächlich für uns sehr interessant. Da werden wir uns das gleich nochmal genauer ansehen, warum denn Websockets jetzt so spannend sind, was wir denn da überhaupt alles mit machen können. Ja, zunächst, ich habe es gerade erwähnt, das HTML5-Canvas-Element, das von ziemlich vielen Frameworks und vor allem auch von diesem großen Framework, wie wir es hier auf der rechten Seite sehen, D3, das wird genutzt, um Vektorgrafiken zu erzeugen. Das heißt, wir haben D3 als JavaScript-Framework, welches sich die neuen Fähigkeiten von HTML5 zu Nutze macht, um in den Browsern, die HTML5 unterstützen, das Canvas-Element auszuwählen und daraufhin wieder Diagramme und Grafiken zu zeichnen. Ja, links das Logo von SVG, das ist praktisch dieses Format oder diese Art von Diagrammen oder die Art, ein Element zu zeichnen, welches jetzt in HTML5 auch mit einem SVG-Tag, das sehen wir gleich, definiert wird. D3 möchte ich als konkretes Beispiel einfach nennen, weil, wie Sie hier sehen, gibt es da wirklich schon eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie man Daten visualisieren kann. Wir haben von Boxplots bis zu Stackbar-Diagrammen, da haben wir Kartendarstellungen oder Hierarchien in so einem Kreisdiagramm, wie links unten zu sehen ist. Selbst Zahnräder, die sich bewegen, können mit diesem einen Framework und einer Datenbasis, die man sich selber geschaffen hat, wirklich optimal dargestellt werden. Es ist natürlich immer abhängig davon, welchen Einsatzzweck man hat für diese Grafiken. Wir werden uns gleich, wie oben etwa mittig zu sehen, das Collapsible Force Layout etwas näher ansehen. Und hier an dieser Stelle zu sehen, da werden wir uns den Source Code gleich mal so angucken und mal sehen, was da denn wirklich alles passiert. Und auch noch zwei einfache Beispiele selbst umgesetzt mal ansehen. Es gibt da sämtliche Arten, die möglicherweise für Sie interessant sein könnten. Schauen Sie doch einfach mal auf der Seite von dem Projekt von D3 nach, wie Sie diese verschiedenen Beispiele mal umsetzen können. Ich meine, es gibt von ganz einfachen radialen Prozessangaben oder Ansichten hier, gibt es bis hin tatsächlich zu solchen Darstellungen, wie hier unten rechts zu sehen, alles. Und ja, da ist natürlich dementsprechend auch der Implementationsaufwand etwas größer. Wenn man nur so eine kleine radiale Prozessanzeige macht, ist das natürlich nicht so umfangreich, wie so ein Diagramm hier unten, was sich aus sehr, sehr vielen Daten und sehr vielen einzelnen Punkten zusammenbaut und möglicherweise komplexe Logik abbildet. Ja, an der Stelle möchte ich Ihnen doch gerne einfach mal zeigen, wie sowas einfach aufgebaut wird. Hier, gerade mal in einer kleinen Apex-Anwendung aufgebaut, hier ein SVG-Chart, ganz einfaches, simpel und hier unten direkt auch noch der passende Code. Die Datenbasis, auf denen das Ganze jetzt läuft, ist jetzt nicht mit hinterlegt an dieser Stelle. Das sind einfach praktisch nur eine Gruppe für dieses Beispiel, eine Gruppe an JSON-Objekten, an JavaScript-Objekten an der Stelle im JSON-Format. Da sind praktisch immer die Paare von X zu Y, also ganz normale Punkte eines Diagramms, eines Koordinatensystems. Auf der rechten Seite haben wir einen Bubble-Chart. Das ist wahrscheinlich vom Auftreten nicht so häufig wie dieses normale Koordinatensystem links an der Seite. Aber auch hier sehen wir, dass das von der Umsetzung, von der Implementation, was die Code-Basis angeht, nicht wirklich viel umfangreicher ist. Gehen wir gleich nochmal etwas detaillierter drauf ein. Wir können das jetzt hier aber an dieser Stelle sehen. Diese Diagramme, die hier oben sind, da ist nichts mit Flash gemacht. Da sind praktisch alles nur, wie wir hier sehen, diese SVG-Elemente innerhalb des HTML-Baums zu sehen. Wie das Ganze im Code genauer aussieht, was da letztendlich gerendert wird, schauen wir uns gleich in einem anderen Beispiel an. Aber an der Stelle möchte ich jetzt gerne mal auf dieses SVG-Chart hier links an der Seite eingehen, da das eigentlich von der Umsetzung relativ einfach ist. Das Ganze ist als Init-Chart-Funktion definiert im Backend, im Code und wird hier erstmal aufgebaut mit dem Framework. Als Basis hierfür wurde natürlich die minimierte Version von dem D3-Framework in JavaScript-Form hinterlegt, das Fall. Dann haben wir einen Bereich, in dem wir gerne visualisieren möchten und greifen hier mit der Select-Funktion von diesem D3-Framework direkt drauf zu und sagen, dass das jetzt unser Visualisierungsobjekt sein soll. Dann definieren wir hier noch ein paar Informationen. Was haben wir hier eigentlich für einen Graph? Welche Darstellung oder welche Range das Ganze abbilden soll? Welcher, ja, wo wir die Daten hierher holen? Und was damit passieren soll. Das Ganze wird aufgerufen, größten Datenpunkt, den höchsten Datenpunkt ausgewählt als Maximalpunkt gesetzt. Das wird dann der hier oben sein, damit das auch noch schön auf der Grafik zu sehen ist. Und dann haben wir hier noch die Definition von der Y-Range. Das heißt, die Y-Achse des Ganzen wird, wie hier oben mit der X-Range, genau gleich dargestellt oder umgesetzt und implementiert. Und auch hier wieder den Maximalpunkt des Ganzen. Wie weit muss die Y-Achse denn nach oben gehen, damit alle Punkte dargestellt werden? Nachdem wir das hier schon in diesen Variablen hinterlegt haben, wird das Ganze noch als Achse definiert tatsächlich, also die Range noch als Achse selbst. Das Ganze wird dann an unsere bereits definierte Visualisierung, wir sehen hier oben in dem Objekt Viz, hinzugefügt mit dem Typ SVGG. Dort wird dann die X-Achse hinzugefügt und die Größe des Rahmens hier oben drauf, das ist ja alles hier noch ein SVG-Chart. Eine Definition, welche Breite das haben soll und welche Höhe das Ganze haben soll. Dann haben wir die Circles, das heißt, diese Punkte, die wir hier haben, werden definiert auch anhand der Sample-Data. Die werden alle hinzugefügt, an der Stelle, wo sie halt nun mal sein sollen und vom Style letztendlich auch noch rot gemacht. Wer sich das Ganze nochmal genauer angucken will, also es macht immer an so einer Stelle wichtig, das mit dem Code einfach selber mal auszuprobieren. Man kann sich die Dokumentation zurate ziehen, was hier welche Funktion und welche Eigenschaft genau macht. Das ist tatsächlich aber, wie wir das gerade eben in den verschiedenen Beispielen gesehen haben und wie wir gleich hier drüben sehen, immer unterschiedlich. Das heißt, Sie werden da wirklich mehr oder weniger komplexe Ausführungen und Funktionen und Methoden sehen. Das ist jetzt in diesem Beispiel noch relativ überschaubar, was da passiert. Sowas eignet sich immer super, um zu verstehen, was da jetzt tatsächlich gerade passiert. Wir werden da auch noch etwas umfangreicheren Codes sehen gleich. An dieser Stelle wird die Seite geladen, die Funktion IndicChart ausgeführt, hier drüben auch die Funktion IndicChart 2 und der Graph hier oben gezeichnet. Wenn Sie diesen Code hier nehmen, das ist ein ganz einfaches Beispiel, was man im Netz auch zu diesen D3-Charts findet, dann spielen Sie einfach ein bisschen mit den Werten rum, schauen Sie sich einfach an, wie sich das Ganze verändert und entwickelt und was passiert denn, wenn man bestimmte Änderungen am Code durchführt. Das ist jetzt unser Koordinatensystem gewesen und der Code dazu. Auf der rechten Seite haben wir jetzt noch unser BubbleChart und gehen da ähnlich vor. Wir sagen jetzt anstatt, wie auf der linken Seite, das Vis-Element als unser Visualisierungselement oder Objekt. Wir nehmen jetzt hier den Namen SVG, suchen uns den Weg, suchen uns hier oben diesen Bereich. Der hat die ID Graph und wird deswegen ausgewählt und appenden da unser SVG. Dann gehen wir hin und sagen, welche Höhe und welche Breite das Ganze denn haben soll. Haben wir hier oben vorher definiert, 500, das heißt wir haben hier 500 mal 500. Dann wird das gesamte Diagramm erstmal initialisiert, es wird ein Layout ausgewählt, es wird die Größe des ganzen Charts definiert, die Funktion zum Hinzufügen von Datenpunkten und auch noch den Abstand drumherum wird bereits an der Stelle definiert. Dann gehen wir hier hin und definieren das Objekt Notes und sagen an der Stelle, wir möchten gerne die Daten, die reinkommen, bearbeiten. Das machen wir mit der Funktion ProcessData, die kommt hier unten noch. Geben da unser JSON rein, das sind wieder praktisch einfach nur Wertepaare, die logischerweise im JSON-Format reingegeben werden. Das sind immer mehrere Attribute pro Objekt und die sagen dann letztendlich, welche Größe das Ganze hat, welche Farbe und welche Größe. Die Ordnung wird dann letztendlich im Code vorgenommen, damit das hier so eine schöne Spirale ergibt. Wir filtern das Ganze und geben da noch etwas zurück, schauen sich das nochmal ein bisschen genauer an, wenn Sie diese Visualisierung mal gerne bei sich ausprobieren möchten. Wir wählen jetzt hier an der Stelle Circle aus, wo wir auf der anderen Seite hier die kleinen Punkte gewählt haben. Nehmen wir hier die gleichen Punkte, jedoch sind hier natürlich die Größen unterschiedlich und auch die Anordnung in dem SVG-Bereich, damit wir diese Spirale hier erhalten. Das Ganze geht dann weiter, indem dann die Notes hinzugefügt werden, die hier oben definiert wurden. Dann werden die Circle da dran, die Kreise da dran gefügt und letztendlich hier die Funktion, wie das Ganze dann in der Chart angeordnet werden soll. Die Funktion Process Data sehen wir jetzt hier unten. Da haben wir das Objekt. Da wird durchgeloopt und es wird ein Array erstellt, das Dataset und da wird letztendlich dann eine neue Datenform, eine neue Form von Daten zusammengestellt, zurückgegeben an der Stelle und hier oben, wo die Funktion aufgeführt wird, in das Chart gegossen als verschiedene Notes. Schauen Sie sich das Ganze am besten an solchen kleinen Beispielen mal an. Da ist es immer am einfachsten. Wir sehen jetzt hier noch ein bisschen umfangreicher, was man da wirklich mitmachen kann. Dieses Chart hier hat nicht nur Verzweigungen angezeigt, was kommt da wohin und über welchen Weg geht das Ganze. Es hat auch unterschiedliche Größen und wie man das jetzt hier an meinem Mauszeiger sieht, man hat auch noch die Möglichkeit, Aktionen für die verschiedenen Punkte zu hinterlegen. So kann ich mir einen dieser Punkte nehmen und kann die zur Seite ziehen und habe dann hier so einen kleinen schönen Physikeffekt. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang sowas vielleicht sinnvoll ist. Vielleicht kommen Sie auf die Apex Connect und können sich das da mal genauer ansehen, was man mit solchen Charts machen kann. Das ist schon ganz spannend. Da können Sie sich aber vorstellen, dass das natürlich noch mal deutlich umfangreicher ist, sowas zu bauen als diese gerade gezeigten zwei kleinen Diagramme. Schauen wir uns dazu mal ein bisschen Code an. Das können wir an der Stelle jetzt hier einfach mal im Browser mit dem Inspektor machen. Können Sie auch mit Ihrem Firebug zu Hause machen. Und da können wir jetzt hier sehen, an der Stelle haben wir ein SVG, das ist jetzt hier blau markiert. Das ist 1280x800 Pixel. Und in diesem SVG sind natürlich ganz viele einzelne Elemente zu finden. Das scrolle ich jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Das sind zum einen Line-Elemente. Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel mal eine Line oder wir wählen mal eine Line hier vorne aus. An der Stelle sehen wir, dass tatsächlich auch im HTML-Baum, das hätten wir bei Flash nicht machen können, können diese einzelnen Nodes hier im Code wiedergefunden werden, ausgewählt werden und theoretisch ja auch bearbeitet werden. Das hat den Vorteil, dass natürlich JavaScript von jeder Stelle und auch CSS auf diese Objekte zugreifen kann und da Änderungen dran vornehmen kann. Das sehen wir nämlich jetzt an dieser Stelle. Wir haben jetzt gerade im Code hier eines dieser Arme hier gefunden. Wenn wir das Ganze jetzt verschieben und verändern, dann sehen wir hier unten in grün dargestellt, dass sich hier diese Werte verändern, wo sich das Ganze in diesem SVG-Chart bewegt. Das ist tatsächlich eine interessante Geschichte, weil die Berechnung dieser Elemente natürlich immer in Echtzeit passieren muss. Ich konnte das jetzt in egal welche Ecke hier ziehen von dem sichtbaren Bereich und das Chart hat sich demnach verändert und wirklich im DOM hier unten im Documentary wird jede kleine Positionsänderung von jedem kleinen Wobbern, was man hier sehen kann, verändert. Das hier oben, das sind tatsächlich nur diese Linien, diese Beziehungen zwischen den einzelnen Punkten. Im Bereich weiter unten an der Stelle hier sehen wir die Definition von den einzelnen Cirkeln hier, von den Bereichen, von den Datenpunkten. Auch die sind natürlich davon betroffen, wenn hier Animationen stattfinden, haben hinten auch noch so ein Style-Element mit dran und da wird natürlich genauso hier diese Änderung am DOM vorgeführt, an den Parametern, damit das SVG immer die aktuelle Position berechnen kann. Da können wir jetzt hier mal kurz im Debugger gucken. Ich möchte das jetzt nicht im Detail machen, ich möchte jetzt einfach nur mal reingucken. Da ist ein D3-Layout-JS-File mit drin und da kann man einfach sehen, was wir hier für Code machen müssten, schreiben müssten, um so ein Diagramm da oben zu erzeugen. Also wir haben hier tatsächlich sowohl Funktionen, die die Positionierung und die Abhängigkeiten von diesen einzelnen Nodes zueinander bestimmen. Wir haben darüber hinaus auch tatsächlich noch die Berechnung der Größe des einzelnen Punktes dabei. Wir haben eine Hinzufügen von diesen Datenpunkten, dass die zusammengehören, damit die Abhängigkeiten stimmen. Wir haben eine Sortierung des Ganzen, wo soll das Ganze überhaupt dargestellt werden, damit da auch keine Punkte, wenn möglich, keine Punkte übereinander liegen. Wir haben da die Berechnung der Kraft des Ganzen, nach welcher Logik sollen die Geräte, die Datenpunkte sich denn da eigentlich jetzt bewegen. Sollen die da hin und her fliegen, sollen die stoppen oder wo sollen die letztendlich stehen bleiben. Das Ganze hier, wir sehen das hier an der Seite jetzt an der Scrollbar, ist eine ganze Menge Code, was man da machen kann, was man schreiben kann, um dieses Diagramm darzustellen. Da wird relativ viel Deklaratives auch bei sein, das heißt, dass man sich da schon sehr viele Ideen oder sehr viele fertige Codeteile schon übernehmen kann, die diese Logik abbilden oder das Beispiel wirklich eins zu eins bei sich so aufnehmen, wenn man die Datengrundlage da so formt, dass das funktioniert. Gibt aber auch noch diverse Darstellungen, die noch die Komplexität dieses Diagramms übertreffen. Ja, an der Stelle haben wir schon mal eine kleine Übersicht über das bekommen, was HTML5 in diesem Bereich leisten kann. Wie bereits erwähnt, schauen Sie sich doch einfach mal diese verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten an, die es da so gibt, um Daten zu visualisieren, ohne darauf, ohne darauf HTML5 zurückgreifen zu müssen. Das nächste Thema, WebSockets. Ich habe es gerade eben schon mal genannt, die neue Version von HTML5 ermöglicht es auch, WebSockets zu nutzen. Das ist eine Technologie, die sich bisher schon realisieren ließ, aber noch nicht so deklarativ und noch nicht so kompatibel mit allen Browsern, wie jetzt der Standard, der in den WebSockets von HTML5 integriert war. Warum nutze ich das Polling, warum nutze ich die WebSocket-Funktionalität eigentlich und was hat man denn da vorher so gemacht, wenn man eine alternative Technik haben wollte? Ja, zunächst Polling, das ist das, was quasi bisher oder auch jetzt noch häufig durchgeführt wird. Was passiert da? Warum wird das denn gemacht? Also immer mehr Unternehmen und immer mehr Web-Entwickler bekommen die Aufgabe oder stellen die Aufgabe, dass Anwendungen in Echtzeit reagieren und arbeiten sollen. Das heißt, in Form von beispielsweise Dashboards kann man Daten visualisiert auf dem Monitor anzeigen. Die machen aber alle keinen Sinn, wenn die nicht in Echtzeit aktualisiert werden oder wenn da nicht immer die neuesten Daten vorliegen. Ja, das Ganze soll dann halt nicht immer nur durch den Browser-Refresh aktualisiert werden, sondern man hat es auch häufig schon mal an großen Leinwänden oder an Fernsehen im Büro, wo praktisch ein Dashboard zu sehen ist, was automatisch Fälle zeigt, wo man eingreifen muss, völlig automatisch die aktuellsten Zahlen und Kurse zeigt, je nachdem nach Einsatzfall ist es da umso wichtiger, dass da automatisch tatsächlich immer ein aktueller Datensatz oder eine aktuelle Datenbasis zu sehen ist. Bisher hat man das mit Polling so gelöst, dass man zyklische Abfragen von Daten macht. Das heißt, dieses Dashboard, was da war, hat für die einzelnen Bereiche immer in einem regelmäßigen Abstand nachgefragt oder ermittelt, ob es neue Daten gibt, die anzuzeigen sind und hat die dann jeweils abgeholt vom Server und dann verarbeitet. Ja, was war das Resultat? Und die Clients haben in regelmäßigen Abständen die Daten abgeholt, das teilweise in 10 bis 20 Sekunden, wenn nicht sogar nur noch geringere Zeiträume genutzt, 5 Sekunden bis 10 Sekunden vielleicht, um immer wieder nachzufragen, ob irgendwas da ist. Da können Sie sich ausrechnen, wenn ein Client alle 5 Sekunden nach neuen Datensätzen aus der Datenbank fragt beispielsweise und es kommen aber zeitweise nur alle 5 Minuten neue Daten rein, dann haben Sie da auf jeden Fall einen riesengroßen Overhead, den Sie eigentlich überhaupt gar nicht benötigen würden, wenn dieser Datentransfer nur stattfinden würde, wenn die Daten wirklich da sind. Das heißt, wir haben eine unnötige Netzwerk- und Serverlast an der Stelle. Der Server muss natürlich jedes Mal ein Select machen auf die Datenbasis vielleicht oder muss, je nachdem, welchen Einsatz man da hat, eine Funktion ausführen, eine Routine ausführen, Daten übers Netz schicken und da letztendlich dann auch wieder die Leitung mit Daten blocken beziehungsweise Daten transferieren, die eigentlich überhaupt gar nicht sein müssen und wenn es nur die Nachricht ist oder wenn es nur die Daten sind, die bereits schon da sind. Das Ganze ist natürlich auch nur schlecht skalierbar. An der Stelle kann ich aus Erfahrung reden, dass in einem Projekt, welches ich vor kurzem gerade auf diese Web-Socket-Technologie umgestellt habe, dass es da zu Schwierigkeiten kam mit der Polling-Technologie aufgrund von wirklich unnötig hoher Serverlast und Netzwerknutzung, weil man da praktisch beim Versuch der Skalierung auf irgendwann mal wirklich so eine hohe Serverlast gefallen ist oder gekommen ist, dass da keine Funktion mehr zu erwarten war. Die Polling-Struktur letztendlich, wie funktioniert das Polling eigentlich an der Stelle? Ja, das ist das, was in der Vergangenheit immer passiert ist. Wir haben hier oben das normale Polling. Wir haben die einzelnen Anfragen, die sind da jetzt von 1 bis 3 nummeriert oben, die gemacht werden. Das könnten jetzt zum Beispiel drei verschiedene Teile unseres Dashboards sein, drei verschiedene Darstellungen, die die Daten unterschiedlich abrufen. Dann kommt eine wirklich fest definierte Phase, die habe ich gerade mit zwischen 25 Sekunden benannt und danach kommen diese drei Requests einfach wieder. So, und das passiert immer so weiter und immer so weiter und immer so weiter und Sie sehen das jetzt da mit diesen grauen gestrichelten Linien eingegrenzt. Das ist dann tatsächlich der Bereich, an dem jeweils zum Anfang und zum Ende dieses Bereiches neue Daten wirklich vorhanden sind und innerhalb dieses Bereichs findet ein Refresh statt. Das heißt, Sie haben sich vorne bereits zweimal diese Abfrage von Daten umsonst durchgeführt, dann einmal bei dem New Data Available den ersten grauen Strich rechts daneben, da sind tatsächlich neue Daten da, dann haben Sie neue Daten und anschließend der Refresh wieder und da sind Sie dann wieder up to date. Das heißt, von diesen fünf Abfragen, die da oben stattfinden in der ersten Zeile, sind genau zwei sinnvoll. Natürlich kann man sagen, man bekommt immer mehr Daten und in regelmäßigen Abständen kommen neue Daten rein, dann würde ja Polling an sich Sinn machen. An sich schon, wenn alle Clients alle Daten anzeigen sollen oder haben müssen und wenn tatsächlich immer im gleichen Abstand neue Daten da sind. Im zweiten Beispiel, da sehen wir auch noch das Long Polling. Das ist eine Variante, die natürlich noch ein paar weiteren Aspekten und Konfigurationsschritten bedarf. Wir haben in der ersten Stelle wieder einfach die Anfrage von diesen drei Komponenten oder von diesen Requests, die gemacht werden an den Server. Beim zweiten Request, da haben wir jetzt bereits schon dieses Wait Before Sending, diesen Abschnitt. Das hat Folgendes auf sich und zwar, es wird eine Anfrage gestellt und es kommen vielleicht zwei Antworten zurück, schon zwei Teile, Refresh beispielsweise und dieser eine Datensatz, dieser eine Bereich ist jetzt noch nicht vorhanden. Diese Daten sind noch nicht da, da gab es noch keine Änderungen bisher. Dann behält dieser Webserver so lange die Verbindung offen und antwortet nicht. Das heißt, der Client wartet auch immer noch auf eine Antwort vom Server auf seinen Request und erst dann, wenn der Server neue Daten hat, schickt er eine Antwort auf diesen Request zurück und kann dann letztendlich arbeiten. Da werden Sie sagen, das ist ja aber echt ein bisschen instabil wahrscheinlich, weil was passiert denn, wenn derjenige seinen Browser dann auch wieder schließt oder was passiert, wenn aus irgendeinem Grund die Netzwerkverbindung an der Stelle vielleicht nicht mehr ganz stabil läuft. Dann haben Sie ja diese Verbindung, diesen offenen Request, also diesen Request, wo der Client oder der Browser immer noch auf eine Antwort wartet. Das ist ja eigentlich in einem State, wo jede mögliche Änderung auf Client-Seite oder auf Server-Seite für einen Abbruch dieses Ganzen sorgt. Das ist ein Nebeneffekt. Hauptfakt, warum man diese Version nicht mehr wählen sollte, ist, man muss den Server auch so einstellen, dass es keine Time-Out-Phase gibt und den Client ebenfalls. Das heißt, der Server muss auch in der Lage sein, einen Request so lange aufrechtzuerhalten oder so lange stehen zu lassen, bis neue Daten da sind, um zu antworten. Das ist nicht im Sinne des Erfinders der Webbrowser. Wir haben das häufig, wir rufen eine Internetseite auf, die läuft oder lädt nur sehr langsam und dann kommt irgendwann mal eine Antwort vom Browser und der sagt dann letztendlich, das hat mir zu lange gedauert, ich habe jetzt hier einen Time-Out, versuche später nochmal, aber das, da jetzt Ewigkeiten auf der Leitung zu warten, das offen zu halten, das macht für mich keinen Sinn. Auch diese Long-Polling-Variante ist nicht mehr State-of-the-Art. Dann gibt es das dritte Beispiel, Server-Send-Event. Das ist das, worüber ich heute mit Ihnen sprechen möchte. Das ist der Punkt, der mit der neuen Implementation von HTML5 dazugekommen ist und welche ich jetzt Ihnen gerne ein bisschen näher beschreiben würde. Wir haben wieder diese ersten drei Anfragen, dieser erste Request, der durch diese drei Pfeile angezeigt wird. Der findet ganz normal statt, es wird angefragt, es gibt eine Antwort, es werden Informationen ausgetauscht, einen Handshake gemacht, sich gegenseitig identifiziert. Und das Ganze jetzt unten in diesem roten Rahmen, das sehen Sie, das sieht deutlich schmaler aus als das, was da oben passiert. Da sieht man auf dem ersten Blick, es passiert deutlich weniger. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass weniger Netzwerklast und weniger Serverlast stattfindet. Da ist der Pfeil an dieser Stelle nur von oben nach unten, das heißt nur von Server zum Client in diese Richtung. Es wird nicht erst vom Client zum Server angefragt und der Server antwortet, sondern es ist eine vom Server initiierte Verbindung zum jeweiligen Client. Das Ganze mal in einem kleinen Netz, in einem kleinen Diagramm hier in der Infrastrukturzeichnung vereinfacht dargestellt. So sieht das mit dieser Polling-Struktur aus. Da haben wir die Verbindung zwischen Browser und in dem Fall jetzt eine Apex-Instanz, vielleicht einen Web-Server, den Sie einsetzen. Da findet die Kommunikation über Port 80 und Port 443 statt und da findet praktisch die komplette Kommunikation oder die komplette Anfrage statt. Diese Leitung wird bei jedem Mal, wo gepollt wird, belastet und deswegen entsteht dann eine hohe Serverlast bei dem Ganzen. So sieht das Ganze tatsächlich mit WebSockets aus. Wir haben hier oben die HTTPS-Anfrage ganz normal an die Apex-Instanz, die Arbeit in der Datenbank und so weiter und so fort. Wir haben aber hier unten noch die zusätzliche Bahn, die zusätzliche Verbindung, die die WebSockets aufgebaut haben und hier in dem Fall auf dem extra Port 1337. Da ist ein Node.js-Server aufgebaut. Zudem werden Sie auch noch was hören in dieser Webinar-Reihe. Diese Node.js-Instanz handelt die WebSocket-Verbindung mit dem Browser und wird letztendlich über eine Schnittstelle von der Datenbank aus getriggert. Ja, was hat das denn jetzt, wie funktioniert dieser Ablauf denn jetzt eigentlich? Dazu gibt es gleich noch ein kleines Demo-Video, aber um das erstmal zu verstehen. Wir haben einen Web-Browser, der eine Anfrage an die Apex-Instanz macht. Die sagt, die Apex-Instanz sagt, pass auf, ich möchte jetzt gerne eine WebSocket-Verbindung mit dir aufbauen. Das bringt den JavaScript-Interpreter hier im Browser dazu. Er hat sich das JavaScript geladen von der Apex-Instanz und sagt, ich soll jetzt eine WebSocket-Verbindung aufbauen. Das mache ich doch hier zur Node.js-Instanz. Diese Leitung hier bleibt stetig offen und diese Verbindung natürlich nur, wie wir das kennen, Request und dann letztendlich die Antwort darauf von der Apex-Instanz und das war bis dahin die einzige Abfrage, die da stattgefunden hat. Dann findet in irgendeiner anderen Art und Weise ein Eintrag in die Datenbank statt. Es wird ein Trigger ausgeführt. Der Trigger ruft die API dieser Node.js-Instanz auf und schon haben wir auf diesem Weg hier das Benachrichtigen des Clients vorgenommen über die Node.js-Instanz und das Ganze vom Server aus initiiert. Es kommen neue Daten an in der Datenbank. Das bringt den Node.js-Server dazu, den Client zu benachrichtigen und dem eventuell eine kleine Aufgabe zu geben. Das Ganze kann auf viele verschiedene Arten und Weisen passieren. Also man kann einfach sagen, ich mache jetzt einen Aufruf über diese WebSocket-Verbindung und wenn im Client diese WebSocket-Verbindung etwas entgegennimmt, einen Auftrag, möglicherweise vielleicht einen Aufruf einer Funktion, dann macht der Client das. Das können wir uns so vorstellen, wir haben ein Dashboard mit ganz vielen einzelnen Bereichen, die können alle über den WebSocket angesteuert werden und der Server sagt jetzt, bitte Region 1 bis 3 neu aktualisieren. Dann wird eine Anfrage hier über Port 80 und 443 gestellt. Ich möchte jetzt gerne bitte die neuen Daten für Bereich 1 bis 3 haben. Das kann man mit so einem Partial-Page-Refresh möglicherweise machen oder einfach mit Ajax-Funktion. Dann werden die neuen Daten bezogen und der Browser zeigt das Ganze an. Eine kleine Demonstration habe ich hier vorbereitet in diesem Video und zwar haben wir verschiedene Browser hier oben. Das ist einmal der Opera für Mac, dann der Firefox und der Edge-Browser. Links oben haben wir noch den Chrome, der wird dann genutzt, um Daten in die Datenbank zu schreiben und rechts unten ist dann der Node.js-Server, der jetzt gestartet wird. Das Ganze könnte Ihnen bereits bekannt vorkommen, wenn nicht, werden Sie das noch in dem folgenden Webinar sehen. Es wird ein Node.js-Server gestartet mit Web-API für die Datenbank. Das Ganze läuft über das Web-Socket-Protokoll, wie Sie das hier unten sehen, auf einem bestimmten Port. Die Browser hier oben haben sich jetzt verbunden mit dem Web-Socket-Server. Das hat der hier dokumentiert. Der Edge braucht natürlich mal wieder ein bisschen länger, kennt man ja. Dann haben wir drei verbundene Clients und nehmen jetzt hier oben über diese kleine Maske bereits eine Eintragung von einem Wert in die Datenbank vor. Füllen alle Felder aus und erstellen den Datensatz. So, da ist jetzt ganz viel passiert. Das Ganze wird sich jetzt nochmal wiederholen, um das Ganze etwas besser darzustellen. Wir haben jetzt hier unten bei diesem Datensatz gesehen, dass die Web-AP aufgerufen wurde. Das bedeutet, in der Datenbank wurde der Trigger ausgeführt und der hat einfach per HTTP eine API aufgerufen vom Node.js-Server und diese Node.js-API hat dafür gesorgt, dass alle verbundenen Clients benachrichtigt wurden, die sich auf Server-Seite in diesem Array befinden. Da haben wir Benutzer 0.1.2, wurden benachrichtigt. Das Gleiche wurde jetzt hier nochmal gemacht mit einem anderen Datensatz und da wurde vom Server initiiert an die Clients eine Nachricht geschickt, Bitte aktualisieren wir. Das sehen wir jetzt wieder. Zum einen hier oben eine Benachrichtigung und zum anderen das Neuladen dieses Bereiches hier unten, wo der neue Datensatz natürlich direkt schon dargestellt wird. Das eignet sich perfekt, um Dashboards wirklich in Echtzeit zu betreiben oder aber auch um eine Zusammenarbeit mit mehreren Clients möglicherweise an Dokumenten oder an Projekten zu ermöglichen. Das an dieser Stelle zum Thema WebSockets. Schauen Sie sich das Ganze mal an, da kann man wirklich sehr interessante und sehr spannende Sachen mit umsetzen. Kann man definitiv tolle Sachen mit lösen. Dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle noch ein kleines Thema und zwar gibt es in der neuen modernen Webtechnologie mit HTML5 auch noch das Thema Responsive Web Design. Das kam so richtig ans Licht oder das kam auch so richtig erst mal vor, als die mobilen Geräte jetzt immer mehr und immer mehr wurden und immer mehr verschiedenen Formaten und dass immer mehr Leute ihre Arbeit, die sie sonst vielleicht nur am Desktop erledigt haben, nur am normalen Laptop oder nur an der festen Arbeitsmaschine, am Schreibtisch, dass immer mehr Leute mit Tablets gearbeitet haben oder mit Handys. Da musste natürlich dementsprechend nachgezogen werden und Anbieter von großen Internetportalen, die viel genutzt werden, mussten natürlich dementsprechend auch die Benutzung auf mobilen Endgeräten ermöglichen. Ich habe jetzt hier ein kleines Beispiel ausgesucht von so einer Seite, die responsive designt wurde und da können wir jetzt einfach mal sehen, was bedeutet das eigentlich. Wir haben eine Reaktion der Seite auf verschiedene Bildschirmgrößen. Also was Sie jetzt hier sehen, auf einem kleineren Gerät würden Sie sehen, dass dieser Playbutton unten rund wird, der vorher noch größer war und rechts oben das Fähnchen ist weg. Wir ziehen das Ganze größer, es skaliert alles mit und es erscheint sogar oben noch, oben rechts, dieses Badge, was man sagt, das ist überhaupt nicht notwendig, wenn ein kleineres Gerät da ist, da wollen wir den Platz lieber sinnvoll nutzen und wenn wir runterscrollen, haben wir hier die Darstellung, perfekt für mobile Geräte und wenn wir das Ganze jetzt auf einem noch kleineren Gerät, wenn wir jetzt hier beispielsweise auf einer Tabletgröße wären und würden jetzt auf ein kleineres Gerät wechseln, würden wir sehen, dass nicht nur der Text unterschiedlich umbricht, um zu passen, sondern auch die Objekte, die hier angezeigt werden, die Position so ändern, dass man sogar auf kleinen Geräten, auf wirklich sehr kleinen Geräten, alles immer noch anständig betrachten kann. Das Ganze wird mit CSS3 umgesetzt und HTML5 mit den sogenannten Media Queries. Schauen Sie sich das doch einfach mal genauer an, wenn Sie Ihre Applikation auch für mobile Endgeräte kompatibel machen möchten. Da können Sie sich beste Beispiele aus dem Internet raussuchen und sich den passenden Code für Responsive Interfaces raussuchen. An der Stelle möchte ich mich bedanken für Ihre Teilnahme an dem Webinar. Ich habe Ihnen bereits meine Kontaktdaten genannt. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen, um solche Themen zu besprechen, können Sie das jederzeit natürlich auch auf den Konferenzen machen, auf denen Sie mich dieses Jahr antreffen werden. Oder halt natürlich über Twitter und LinkedIn bin ich immer erreichbar. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich mit neuen Themen ansprechen wollen. Ich bin da für alles offen.